Einem Kriminellen gelingt das Unmögliche. Die Flucht aus dem sichersten Gefängnis des 24. Jahrhunderts. Wir fangen damit an, einer Forschungskolonie einen Besuch abzustatten. Seid ihr dabei? Ja! Wir haben hier SOS-Empfang. Identifizieren Sie sich bitte. Alex Windle, der Greenway-Überfall in South Dakota, die Neptune-Center-Bombardierung. Er hat eine einmalige Karriere. Ein gnadenloser Kampf in der Zukunft. Wissen wir, was er will? Nein, noch nicht. Den nur einer gewinnen kann. Wer zum Teufel bist du? Chase Moran, ein Peacekeeper. Gut, er ist mein Mann, na und? Ich hatte keine Ahnung, dass er hier ist. Er ist Peacekeeper auf der Erde. Wenn Sie ein Team dort reinplatzen lassen und es läuft nicht alles nach Planen, können wir alle verlieren. Stellen Sie nicht meine Autorität in Frage. Sie, verdammter Bastard. Du willst deinen Sprengstoff zurück, Alex? Willkommen zu meiner Party, Mistkerl. Was soll das bedeuten? Er kennt eine neue Anwendung für Plutonium? Alex ist mit seiner Entdeckung in eine neue Dimension der Kriegsführung vorgestoßen. Terror auf einer friedlichen Raumkolonie. Versuch deinen Fehler auszubügeln, dann kann ich meinen Seelenfrieden wiederfinden. Du findest den Sprengstoff und du findest den flüchtigen Peacekeeper. Denn wenn die Dinge für mich unangenehm werden, werden sie äußerst unangenehm für diejenigen, die um mich herum sind. Die Frau ist verheiratet mit dem Mann, den ich am liebsten sofort töten würde. Oh, du grausames Schicksal. Ein actionreicher, raffinierter Science-Fiction-Thriller. Mit Bruce Campbell, Joseph Kaupp und Brian James. Chase Moran. Ich schätze, dass er nicht so schnell aufgeben will, Alex. von den Gehirn im messed knowen. immer so schnell aufbreiten. Leine Franzis. Von den Gehirn im Auftrag. dreams. Auch man 부탁.